Jo meine Freunde der guten Unterhaltung, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal bei Maximum RAV, das bin ich. Erstmal von meiner Seite aus danke für die coole Unterstützung, was da so die letzten Tage und Wochen ging. Wir sind ja wirklich von 220 Abos jetzt bei fast den 300 Abonnenten angekommen. Ja wir stehen immer noch am Anfang, es ist immer noch keine Masse, aber man muss erstmal was aufbauen und ich freue mich einfach, dass wir bald die 300 Abos haben, dass wir da gemeinsam hinarbeiten und jeder der hier neu ist, jeder der hier neu dazukommt, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Du wirst hier auf jeden Fall viel, viel, viel Musik dieses Jahr noch hören und vielleicht auch das ein oder andere sehen. Also ja, deutscher Hip-Hop, so die melancholische Richtung, aber auch mal was, was nach vorne geht. Also hier ist wirklich viel dabei, aber die meisten Tracks sind wirklich so aus dem Leben, so die Gedanken, was ich habe, aufs Papier gebracht und ich versuche einfach wirklich immer irgendwie was Authentisches zu bringen. Von daher herzlich willkommen, wenn du hier neu auf dem Kanal bist. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du ein Teil der Community hier bei Maximum RAV bist und ja, ich hoffe, es wird dir auf jeden Fall gefallen, was hier noch in Zukunft kommt. Das ist auch der Punkt, den ich ansprechen wollte und zwar aktuell bringe ich jedes Wochenende, wirklich jedes Wochenende einen neuen Song. Das mache ich jetzt schon seit Ende des letzten Jahres und das wird auch so weitergeführt. Also wirklich jedes Wochenende, vielleicht mal Freitag, vielleicht mal Samstag, vielleicht mal Sonntag. Da bin ich ein bisschen flexibel, aber auf jeden Fall jedes Wochenende ein neuer Track. Also da wirst du jedes Wochenende auf jeden Fall einen neuen Track hören und hast neue Mucke von mir. Von daher lohnt es sich auf jeden Fall, hier dabei zu bleiben und dabei zu sein. Genau, das ist zum einen Punkt. Punkt Nummer zwei, den ich zu besprechen habe, ist, es wird neben der Musik dieses Jahr auf jeden Fall noch das ein oder andere mehr kommen. Und zwar bin ich aktuell dran mit einem Podcast und zwar mit einem Kollegen, mit dem ich auch aktuell viel Musik mache, von dem auch aktuell viel kommt, wo die Tracks auch wirklich immer sehr gut angenommen werden, wie Spuren mit über 2000 Aufrufe, jetzt Sternschnuppe bei bald 1000 und zwar mit B-Rap. Ja, wir haben jetzt gestern einen Podcast angefangen und Leute, freut euch da drauf. Das kommt auf jeden Fall auch demnächst. Also da könnt ihr auf jeden Fall auch gespannt sein, was die zwei Vögel da so berichten und sich zu erzählen haben. Also wir hatten auf jeden Fall viel Spaß und werden auch noch viel Spaß haben und wir hoffen, ihr dementsprechend genauso. Genau, das zum Punkt Podcast. Also neben Mucke wird auch Podcast kommen. Und jetzt einfach mal so eine Frage in die Runde. Ich habe ja schon mal eine längere Zeit Reaction-Videos gemacht. Ich ist jetzt ein bisschen eingeschlafen, einfach weil ich wieder mehr Fokus auf die Musik gelegt habe. Aber Leute, wenn ihr mal wieder Bock auf eine Reaction habt, lasst es mich gerne wissen. Schreibt hier in den Kommentaren was rein. Schickt einen Link von eurem Song rein oder vielleicht von einem Kumpel. Und schreibt da kurz dazu. Gerne eine Reaction dazu oder wie auch immer. Ich schaue einfach mal, wie ich es zeitlich hinbekomme. Vielleicht mache ich ja mal wieder so nebenbei die eine oder andere Reaction, wenn ihr Bock drauf habt. Also gerne einfach rein in die Kommentare damit. Ja, und ich denke, das waren auch so die wichtigsten Punkte, die ich jetzt ansprechen wollte. Mehr werde ich jetzt erstmal nicht machen. Werde euch auf jeden Fall immer wieder mal informieren, wieso der Stand der Dinge ist, was es Neues gibt. Und ihr werdet es ja dann sowieso sehen, wenn auf dem neuen Kanal hier oder auf dem neuen, auf meinem Kanal neue Mucke kommt. So wollte ich sagen. Oder was auch immer kommt. Also seid gespannt. Lasst uns die 300 Abonnenten da voll machen. Teilt gerne meinen Kanal mit euren Freunden, Verwandten. Was auch immer. Mit wem auch immer. Also ich freue mich auf jeden Fall über jeden, der hier teil ist. Und ich hoffe natürlich, dass ihr auch oder dass du auch meinen Kanal, dass ihr dir gefällt, dass dir meine Musik gefällt und das, was ich mache, gefällt. Und genau, in diesem Sinne, danke auf jeden Fall für den coolen Support die letzten Wochen. Und an jeden Einzelnen vielen, vielen Dank und bleibt gesund. Und wir hören uns auf jeden Fall spätestens nächstes Wochenende mit einem neuen Track wieder. Also bis dahin, ich bin raus. Euer Maximum RRV. Danke, tschau, tschüss.